Hallo, heute ist Tag Freitag. Es ist 13.29 Uhr und wir gehen jetzt in mein Keller. Ich komme! Saskia geht voll ab, voll bekippt. Das war sehr schlecht. Saskia macht hier die ganzen Keller kaputt, man sieht nun gar nichts. Alles voll weggeräumt, wir sind schon voll verschwitzt und fertig. Ja, so. Das anregt immer aber cool, ne? Ja. Hier ist Saskias Lieblingslied. Das Saskia hat spanische Wurzeln. Das ist so dumm, ey. Okay, wir machen jetzt weiter, ne? Was, nimmst du ihn hoch? Ja, klar. Das deckt jetzt auf! Oh, meine Fresse! Du hast es aufgedreht! Ey, Meila war anders. Du bist einfach nicht steif genug. Dann mach mich steif! Ja genau, dann mach mich steif. Ja das ist voll eklig. Dann mach mich heißer. Ich hab dich da nicht vertreten! Dann mach mich heißer! Ja, mach mich heißer. Ich bin zu eng, du kommst nicht rein! Dann lass mich dich breiter machen! Nein, ich sag dir die Känze! Das geht nicht! Es geht nicht! Das tut weh! Das tut weh! Nein, das tut weh! Nein, das tut weh! Nein, anders! Es tut weh! Küss mich! Auf den Schwanz! Der ist sogar nicht mehr drin! Egal, dann nimm ihn raus! Melli, was sagst du? Was sag ich dir? Melli, du Verluder! Schau mal, was ist denn mit deinen Freunden? Du bist mit ihnen zusammen und dann kommt sie in die Exel. Echt, du bist ja auch! Siehst du mich hier föhbeln? Ja! Vielleicht bin ich mir der, weil wir nicht mal einen Föhn haben, bitte! Wir haben keinen Föhn! Du hast doch einen Föhn bestimmt noch nicht am Getränk. Warum? Ich glaub, weil du hast schon in die Hose gepisst! Nein, guck, das ist richtig ruhig! Okay, das ist echt ein Föhn! Das ist nur schüttet! Auf mir einen Arsch! Okay, das stimmt! Wie, wie hast du versucht, man am Arsch zu trinken, oder was? Nein, das ist doch schon richtig! Oh, bitte! Ich meine, der hat voll so... Ah! Küsschen! Okay, aufpassen!